Zuperschön, keine Aufnahme. Jo, und wieder mal herzlich willkommen bei Jojo spielt Fortnite. Und mit dabei, wie in der letzten Folge, kalter Beruf, Elite-Type und Leon. Das geht! Kann jemand das Video ausmachen? Hab ich. Überschön, feine Aufnahme. Ja, aber echt. Schön dich jetzt, Leon. Ja, aber echt. Ab in der Ecke. Das geht gar nicht. Das ist auch gut. Der hat schon lächerliche Kleidung an. Samotten. Ey, du hast sicher nicht. Aber auf jeden Fall süß sein, ein paar Süßchen. Maxify 2. Grüße geht raus. Ja, wenn ihr noch wollt, könnt ihr noch welche grüßen. Natürlich, also ich grüße, kurz gesagt, alle, die ich erinnere. Oh, meine, hallo. Ach so, scheiße. Aber mit Rack ist voll. Direkt schon mehr Rack haben sie sterben. Welche Waffe hat er? Welche Waffe hat er? Ich dachte, ihr, scheiße. Vier auf ein haben mich auf mich geprügelt. Ja, Digga, was aber machen, er hat eine P90, ein episch Legendary. Die war bei mir in der Kiste drinne. Und er hat die einfach hinter die geklaut. Ja. Du armer. Dann hol den Fuchs. Er hat eine P90. 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 Oh, mein Pakt voll. Also, Leute, wir sind besser als es aussieht. Ja. Mann. Oh, von hinten. Ich gehe auf. Von hinten von vorne. Blau, oder? Ich kann noch ein Video machen. Ich kann noch was von unten machen. Ja, wie du läuft immer noch. Okay. Also, ich habe nicht markiert. Also, es ist ein anderes Team. Ja, ey, markier du mal. Und da, wo wir hinwollen. Wer ist blau? Oh, mein Gott, Papa ist rausgesprungen. Jo, ich fange auch raus. Und wohin? Das ist ja nach, äh, keine Ahnung, da landen. Boah, ich muss ja auch ganz schön weit zurückfliegen. Oder lass mal Weeping landen. Weeping, dieser Wald. Das ist ja nicht gut für uns alle. Der Glosgen mit München hat immer recht, Papa. Den Kirin, den müssen wir loswerden. Der kann sterben. Der Herr ist ja auch schießend. Der Herr ist ja auch schießend. Der Herr ist ja auch schießend. Der könnte uns sogar noch das Leben retten. Aber stell dir mal, es ist so ein Abonnent von dir. Und dann sieht das Video. Und sagst du so, den können wir verrecken lassen. Oh, das wäre aber gemein. Der kommt Piep drüber. Piep! Ja, so ist es in den Sensier. Genau. Meine Mama hat immer gesagt, man soll immer die Wahrheit sagen. Äh, aber allerdings, was willst du mir immer lügen oder immer die Wahrheit sagen? Da kann man ja sagen, was sind deine Kontodaten? Und dann sagt man, Jo, dann können halt alle auf dein Konto zugreifen. Nee, das darfst du nicht, so was du sagst. Ja, mein Mann ist ja nicht so übertrieben, so wie... Auch immer die Wahrheit sagen. Nie lügen. Oder nicht mehr weinen oder... Ja? Ich darf nicht lügen, haben wir mal gesagt. Was würdet ihr mir nicht mehr weinen oder nicht... Also nie wieder weinen und dann nie wieder lachen? Alter, das war's denn nur. Schwer, weil schon mal so... Du bist aber nur Beerdigung oder ein Typ, die übeln sind nach Flash. Da haben andere erheulen. Der auch nicht so lustig. Das sage ich dir durch. Da hat diesen Justus Typ noch runtergeballert. Äh, gebaut. Ich wollte sich gar nicht mehr wachsen. Munitionen habe ich genug. Ja, ich auch. Aber das ist egal. Munitionen finde ich eine Lauftour, aber Waffen nicht. Wir können ja mal alle eine Aufnahme machen, weil über Playstation gibt es auch Übertragungen. Und dann check ich dir, dann versuche ich dir die irgendwie zu schicken. Über Playstation App, über Handy oder über WhatsApp oder so. Keine Ahnung. Und ich versuche es dir auf jeden Fall zu schicken. Und das Ding daran ist, dann kannst du vielleicht die Clips von uns auch reinschneiden, so. Ja, kann nicht. Da passen. Äh, du brauchst mir nur die Wiederholung schicken. Die Wiederholung nur? Ich guck mal, wenn ich zu blöd dafür bin. Oder es geht nicht, kann auch sein. Ich kann mir einen Kanal ausstellen und über Playstation streamen, das geht halt auch. Was im Taktisch steht, dann bitte. Nee, jetzt nicht. Ich habe leider nur eine graue Pant, eine graue Empyre und eine graue N16. Unser Team mit markiert Loot. Aber markiert Scheiße. Leute, schreibt mal in die Kommentare, schreibt mal eins in die Kommentare, wenn ihr die AR mehr mögt. Und schreibt mal nur zwei, wenn ihr die Farmers mehr feiert. Also die blaue, von blau, ähm, also von grau bis blau. Würde mich mal interessieren, ob ihr Typ Farmers oder Typ AR seid. Also Skam, auch, zählt nicht mit. Oh, jetzt. Für die, die nicht wissen was, ne Auges, Auges ist legendäre und epische Salvenstummgewehr. Das neue. Also das hielt nicht mit. Nur von grau bis blau. Ich kann mal so eine Abstimmung machen. Oh, ich hab ein Zwei, hab ich mich doch nicht geguckt. Zwei Farmers. AKB erst. Da könnt ihr ja auch dein Video strahlen. Hier stimmen kannst du ja auch. Dann können die Leute auf deinen Kommentar antworten. Genau. Aber ich bin wirklich Ehre, dass du all diese im Stalkass jedes Kommentar oder jedes Kommentar likest, das Gebüte, wenn sie sagen, so, ja, ich versuche es zu viele, wie möglich zu liken und liken gar keinen Kommentar. Weil ich finde das zeitverschwendig, was es wenigstens. So viele, äh, ich sag mal schnell. Oh, sag mal schnell, äh, ähm, zu viele Kommentare habe ich ja auch nicht, dass ich auch jeden liken kann. Ich hab auch nicht tausend Kommentare darunter stehen, da kann ich auch nicht jeden liken. Weil da bin ich ja den ganzen Tag dabei. Aber es sind ja auch so kleine YouTuber, also so, mit tausend, mit, nee, tausend Abonnenten, da werden eh, ähm, davon so ein Viertel oder so Kommentare schreiben. Ja. Von tausend Abos. Sind es 250, aber versuch mal 250, äh, Kommentare zu beantworten. Also ich sage mal, man versteht das, dass die nicht, äh, alle beantworten können, aber, ich hab auch schon gesehen, dass da nix kam von YouTuber, ne, davon abgesehen, ne. Ja, es gab ein YouTuber seit 61 Abonnenten oder so, den hab ich mal bei meiner Startseite gefunden. Mhm. Ich brauch mal nicht mit gern, wenn jemand eine hat. Ich hab leider nur eine, ne graue. Okay, ich hab gar keine. Und der Typ hat, der Typ hat, der Typ hat einen Kommentar gehabt, was richtig nett war, und der hat aber nicht geliked. Ich weiß halt nicht mal, wie der Kanal hieß, weil ich sag's aber nicht, weil, ähm, rechte Verstoß würde ich's nicht machen. Oh, ja, aber ich weiß nicht, dass ein Video bestrikt wird. Der Kanal bestrikt, also gelöscht. Warte, das ist hier bei mir, ja. Hat 20 Geld, auch ein 20er? Ist egal, dass die mit hat, die mit hat, keine Ahnung, man es nennt. Dieses Christan-Dingspunkt so abgestaubt. Den Staub, ja. Ja, ich sag's, aus der Zone, ne? Ja, weiß ich. Ja, ist nicht so schlimm. Wo sie alles reißen, wo sie gehen? Oh, vielleicht sind sie auch zwei oder ein Tod jetzt gezählt. Hier sehen wir uns die Schuhe. Tristan-Abstauber. Die sind Kirin, Jastuis, keine Ahnung. Grüße geht raus, dann alle, die Tristan reißen. Ja, dieser Typ schon, Alar, ich hab' ihn schon für den Ritz gegeben. Na, können Paul Berger stoppen auch noch ab. Die, die, die hätte ich gerne. Tag, ja, gern, gönnen wir. Auf Nacken. Ah, ich glaub, wir sollten mal in der Zone gehen jetzt. Komm her, Jojo. Ja, ich dreh schon. Ja, Mini. Ich bringe einfach mit. Genau. Unser Mate fightet da. Ich hab' ihn noch von Mad Kids. Ja, das überleben alle. Du, Mad Kids hast du? Ich hab' länger nur Null, weil unser, ähm, Kirin Teamate abstaubt die ganze Zeit. Ich mach' die One-Hit und der staubt ab. Kleiner Frechdax. Ich hab' ein, ja, ich hab' ein Mini. Ich hab' ein, ja, ich hab' ein Mini. Ja, ich hab' ein Mini. Ah, hier liegen auch schon Minis. Soll ich nehm' erstmal mit dir? Ich bin jetzt erst Schild, geh'n jetzt erst Schild. Schild, ähm, ist, Schild geht schneller und ist wichtig, wichtiger als hier, ähm. Ja, aber ich brauch' auch, äh, Leben, ne? Ja, ich würd' jetzt erst Schild gönnen. Okay. Wir sollten auch weiter nach so, ne? Hier so ist es auch grad'n Schild. Aber der Typ war einzeln unterwegs. Ja. So lass' ich nächste Saison gehen, weil... Vier Kills haben wir. Ja, wegen diesen Abstaubertypen. Und du hast eigentlich gekillt. Ja. Hier bin ich nicht böse, natürlich nicht, aber diesen Tristan Abstauber. Ich sag' immer Tristan, da ist Kirin. Der hat abgestaubt. Also den gönne ich, das ist nicht. Ich hab' dieser Kirin. Es ist scheißegal. Wir spielen als Team. Ja, das stimmt aber auch wieder. Wir brauchen ein gutes Gameplay. Ja, das können wir selber erspielen, aber nicht, wenn du Teams spielst. Dann darf man nicht egoistisch sein. Ich dachte, es war eine andere, aber der ist ja bei uns, der Kirin. Das stimmt. Ja, da kannst du auch nicht so sagen, jetzt. Ja, gönne ich ihn doch die Kids. Hat er sich eigentlich auch verdient. Ja, stimmt. Ihr werdet sich, glaub ich, auch bald verstehen, dass man killsüchtig ist, so neben Gegner Töten will. Nö, also, ich denke mal, wir sind alt genug, so süchtig werden wir wohl nicht. Da muss Nico noch ein bisschen viel lernen. Ja, das meine ich auch. Hast du viel lernen? Dass man so killsüchtig ist heute. Also ich bin nicht so killsüchtig, aber ja, Kills zu haben ist immer schön, wenn da eine hohe Anzahl steht. Ja. Aber du hast ja gesehen, wie ich heute gewonnen habe, mit sechs Kills nur im Solo. Ja. Ist schon gut, wenn ein PC-Spieler da nicht so lange das Spiel spielt, sag ich mal. Ja. Also dafür ist es schon, dafür ist es mega gut. Und du darfst ja auch nicht vergessen, ich kann auch nicht bauen. Ich weiß, dafür kannst du dich glücklich schätzen, weil sie zu gut, wenn du noch nicht so lange spielst. Was sind die Gegner? Ich will Gegner sehen. Weil die kommen da auch keiner ins. Also mir reicht das, wenn du schon unter die ersten 10 kommen wir immer. Ja, das ist ja auch schon gut, da bekommt man viel EP. Ja. Die Saison macht aber Ärger. Nö, das finde ich nicht, also die ist noch weit hinter uns. Naja, guck mal, wo du bist und guck mal, wo ich bin. Ja, okay. Ich schaue, genau. Oder auf wir sind. Oh ja, die wird euch wirklich im Nacken. Oh, ne Ehre, der Typ wartet auf mich. Das tschließt. Na, siehst du? Und Eva hat alles nicht gebraucht, ne? Hat nichts gesagt. Ja, ne? Ja, ne? Ich hab' ein Videobeweis. Stimmt. Kannst du gerne rausschneiden? Ne, das lassen wir mit drinne jetzt. Ja, da war auch Spaß, Spaß. Mach dir nicht unnötige Arbeit. Kommt ihr jetzt, kommt ihr je alle mit ein Boot, mit zwei Booten an, oder wie? Ne, die sind ja eigentlich... Ich laufe mit der ganze Strecke und ihr seid zu faul, oder wie? Äh... Ja, wir sind mit dem Boot gefahren. Auf dem Land. Na, eigentlich ist es ein Auto. AMG. Wir hätten da eine Markierung gesetzt. Äh... Ach, Thierin. Okay, laufe doch mal hin. Äh, Papa, was machst du da? Ich will immer... Also, ich will da nicht so offensichtlich rumstehen, weil da kann ich halt von jeder Seite irgendwas leiten. Und da wie so ein Dolirum stehst. Ja. Da hat er recht. Jeder Profi und den Zuschauern kennt es, man steht still. Das neigt. Und da dann wird man auch gescheit. Oh, ich wurde auch getroffen. Wir sind hier den Gegner, bei mir. Vorsicht! Ach, das stimmt. Ne, der gehört uns nicht. I coming. Oh. Ja, ich bin tot. War das die Taktik eben so? Der eine alleine da... Ah, ja, hier. Der hat mich erschossen. Mit einer Granatwerfer. Bestimmt, weil da flog der auch eine rein. Ja, meine Karte hat einer eingesammelt. Ich hab ihn. Nein, hat ihn schon ausgenommen gehabt, ne? Scheiße, er hat mir ein Headshot first gegeben. Es low, kommt her. Er hielt ihn, er hielt ihn. Ich muss schnell irgendeinem Lockdown schon bei mir reinballern. Aber komm. Tschüssi. Ja. Das sieht doch gut aus. Pass auf, da sind... Ja gut. Aber hol dich. Da kommt noch einer. Aber komm. Über dir, über dir. Scheiße. Oh, warum machst du denn da? Er hat sich selber hochgelacht. Aber hast du den Wesen erwischt? Weiß ich nicht. Ja, die Zuschauer, wie ihr gesehen habt. Nicht einen Rocket Lodger in der Nähe benutzen. Das tötet alle. So, das war's dann für heute mal wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jojo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.